ich hab jetzt und ihr nicht ich hab Schokolade ja Schokolade, ciao raus, boah, ich kann es sogar noch ich hab ein J-Star es ist schon wieder 9 Uhr ich bin gerade erst aufgestanden alter ich hab bis 5 gepennt ich nur bis 2 hattest du nicht weg um 10 oder so ja aber ich hab das normale Telefon benutzt und das hat nicht mehr genug Akku ich hab ein Haargummi gefunden vor allem das ja ich benutze kein Haargummi wieso liegt der Haargummi? die waren alle Silber ja dein Vater? stimmt, mein Vater der benutzt Haargummi, genau da haben wir gegen Katz? ja, wo der Friseur ist? ist er nicht wie sie größer, besser, besser wieder hat ist bei Dota 2 eigentlich die neue Champion? bestimmt bestimmt und Dota 1? bestimmt Dota 2 Frostivius ne, ist das anders ist das Rider of the Store echt gut aus boah, was ist bei dem am Ping los, ey? Brasil, Brasil was für ein Ping? wo ist das Problem? die sind doch alle im grünen Bereich ja, jetzt bei mir war gerade der Blitzcrank irgendwie rot ja, der hat auch gerade die Videos ausgeschaltet ach so auf der anderen Plattform ja, ich wollte nur mal sagen, ne ich glaub, die Mitte ist gefickt ja Mitte? Nein die, die, der Nightbound, der hat auch schon mit AD Kragas gewonnen ich wollte gerade sagen, ey, das kennt mich aber noch nicht so gut aber AD, AP ist was anderes, ne? ach, ich hab auch mit AD Shaco, aber AP Shaco schon bitte gewonnen ja ich hab's auch mal versucht wenn du dich dran erinnern kannst ja leider ja, das war hart das war, glaub ich, ne Cut oder ne Ari das ist echt hart, ey als Shaco ist das schon hart in der Mitte egal, ey ich hab 52 Magic Resistance Witches 64 jetzt sogar ja, ich hab AD-Ruhen drin und hab 19 AP äh, da hast du gleich geholfen wie Kogma vorhin ja, hab ich auch äh, bist du behindert? ich bin Hybrid-Wellen, weißt du doch äh, äh, warum wird mein, werden die Schuhe da scheiße ey ist das euer Ernst jetzt? schon wieder? ja und ich esse jetzt erstmal ein Raffaelo ja, mein Raffaelo beware tu das dem armen Raffael nicht an haha Raffaelo war doch einer der Ninja Turtles, oder nicht? Raffaelo und Donatello Donatello, Raffael, Mike, hieß glaub ich der ein, oder? hehehe äh, Leonardo ah, was war noch damals, meine Zeiten Leonardo ist aber der Blaue, mein ich was? schon noch damals, als ich ne mieser Schildkröte war Raffaelo war der Rote Donatello war lilan, Leonardo blau der orange hieß glaub ich einfach Mike, oder? ne, Michelangelo Michelangelo ja, man i smell the water hab ich noch wie ist die Ratte? Splinter ja stimmt ey was probierst du das? wenn's um Kröten geht, wählst du zur Ratte Meister Splinter leh mal da im Bus und geh mal das mit dem Sohn aber wen hier? hä? ich bin sick in 19 AP-Wellen ja komm her nimmst du einfach nicht auf? komm her ja ach ne, schon wieder mein gott dein passiv er hat echt angst bekommen aber ich bin ein harter skiller was willst du nichts meiden musst du aber der macht zu viel schaden dann zu wenig damage hier also die die cut wird hart platt gemacht ja jetzt gerade noch keine panik ich habe 19 ap bei dem aus dem leben lassen sollte mir erst mal was anderes suchen als ad carry nein ich finde es am besten da habe ich nämlich man kann es genau das wollte ich hier und es hat geklappt danke du karl jetzt ab doch nicht so der carry ich bin neus angefangen scheiße ich habe ich habe eine halbe sekunde nicht aufgepasst sondern dann so was war ja ich war konzentriert ich wollte noch ein inspruch aushauen und dann jetzt attackiert die mich errichtet scheiße sie haben ich habe nichts mehr ne ist tot nein aber ich habe nicht mehr drauf gekriegt aber jetzt habe ich nichts mehr doch jetzt bitte ja ich habe zu wenig damage ja krank hat drake gewordert weiß nicht oder und ich kann doch gleich hilfe gebrauchen auch von einem Mann macht nicht so viel schaden level weil das was ist das was zu mir reicht fuck im am b komm nicht ganken wenn ich dich ich war so schön an meinem Tau ich hätte einfach weiterfahren können hhhhhh aber wirklich ich habe Hilfe ne wieso? Jace? ne hilf den was mit dem? mit gegen den komme ich mit dem sind gar nicht ja dann warte bis du nen Cutter hast fuck ey ja ich muss trotzdem fahren Cutter löst löst alle Probleme ich fahre mir trotzdem besser als er momentan das ist voll witzig Cutfield oh mein Gott ich habe sogar mehr movement wie obwohl ich keine Schuhe habe ah ich ich fass es nicht hhhhhh jetzt kann ich ja nochmal demonstrieren wo die Ward von meinem Fan gelegt wurde hier wo ich stehe wurde ne Ward gelegt ja jetzt pass auf genau da das ist ja sonst wirst du gleich ja warum kommt denn jetzt defensiv ist drauf ist drauf warte warte komm 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 ja der blitz fehlt blitz fehlt blitz fehlt ist re wieder da Cutter fehlt ach doch ja da nice blitz aber ich spiel immer noch schon alter ja mein Gott ja mein Gott sind wir denn noch Freunde mit Ming also ich habe mich angestriegen als Zocken ne ich fang grad nö und da ist noch mit anderen ja siehst du hä der hat mich letztens gefragt wir haben letztens mit Alpha er ah ne ich hab ihn gefragt aber er hat angenommen ja stimmt ja gegen hier die aufs Kloppenburg ne ja er hat top verloren gegen Cannon ja stimmt Cutter fehlt Kerl der ist in unserem Brush ey langsam geht die ab ey also wenn die weiter so defensiv spielen dann dann können die sich freuen aufs Late Game ja OP ist der Entscheide ne ich hab den Jace voll aus Mann ich hab 16 mehr lastet als er und ich hab die Land resettet der Beste ja sehr weiblich würde ich jetzt ein Kind von dir verlangen ne aber bin ich ja leider nicht nicht? ne Spaß sollte man lieber vorsichtig sein mit solchen sprechen ja will ich den Blue gleich haben? ja aber ich ja will ich ob ich sie kehren kann ja ich will ja man ja ja wie war das mit Probleme Cut gegen Nami Mitte ja 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 yo ja du hast direkt zwei lastets genommen nein hab ich gar nicht einen hast du bekommen den anderen der andere ist hat sich aufgelöst hat sich aufgelöst hat sich aufgelöst? ja ja ich dachte gerade ey ich würd gerne mal weg gehen muss ich ja schon sagen kannste doch kannste doch er hat den Laden Power Cut fehlt oh noch schon oben noch schon oben hm hat er das nicht gesehen hat er das nicht gesehen Adler auch aber er hat ne Multi hello stand genau da an der Ecke in dem Baum ja jetzt hab ich ne Ulti jetzt hab ich ne Ulti ja mach doch ne ich hab keine Worts mehr Schnucki tschüss kein Ding ey Nocturne geh mal mit oder so kurz ich bin eh ja wohl ja doch geh lieber ist besser doch kannst porten kannst porten hat hat keine Ulti gerade ja dann komm wir gehen zusammen und keine Kneisen okay es steht aber nicht die gehen zusammen wir kommen zusammen hm late game ne was für ein late game ich dachte wir spielen auf late game du die ich du nicht ne das machen du nur tarts retards es ist mit ne versaut die ist weg alle weg aus dem hin wir haben ja die wir da haben unten unten läuft es ich hab immer noch nicht mal Boots gekauft weil läuft denn da, da läuft gar nichts ich finde es ist angenehm voll ruhig ne die rasten gar nicht so aus nee das finde ich eigentlich auch ganz oh mein gott ich hab den gebetet keine panik ich hätte mir damit schon sein so schnell mit dem mit tolle aura dankeschön was mit crystal meth habe ich auch verstanden was ist doch gesagt breaking bad junger ja breaking bad ok ich kann nur baking bad von von game one haben die ein menschen zu kuchen gemacht wie meint ihr btche was wollt ihr endlich ich komm gleich nach ich komm gleich nach ja gönn dir ich hab kein flash mehr soll ich auch cut ja los gib mir gib mir alle paar sekunden wird der bildschirm dunkel der hammer jo brenn brenn doch schon geht runter dankeschön bitteschön ich hab dir den arsch vor ihm gerettet ja ja danke bin dir sehr dankbar dafür ja mir danke nie du penner alter ne aber ich hab auch richtig hart geregelt gerade ja da hast du dich einmal nicht erschrocken und hast die ulti getroffen ha 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 ich trinke dafür sonst auch ja aber ihr macht mir immer so einen stress dann und der exhaust hab ich auch den den ganzen hinter dir her geflasht ist ach ja griffst kein flash und griffst keine ulti ne mhm der easy gang und so ja ich hab mir jetzt gerade schuld ohne witz 870er farm easy ja blitz ss ne hat rake gewordert da ist er wieder ja 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 da krass ja das blitz aufpassen das blitz da oh mein Gott nocturn oh nocturn das richtig scheiße gepusht das hat mich nicht das hab ich das hab ich das hab ich du hast nichts gesagt ja hättest du sagen sollen push mal richtig hast du aber nicht gedacht hab ich oben einen kill geholt also hol nicht rum du hast nichts für mich geholt du hast den kill bekommen ja und reicht doch das hat er doch ja ich hol mir den dann ne ja ja ich komm ich bin ich bin unterwegs schnell schnell jetzt geht auch nicht stark ey ich finde die grips von dem blitzcrank echt nahe ja das war so klar nee ich bewege mich einfach nur unberechenbar ich reiche an ne wie so ein psycho ich hab keine ulti der hat keinen mana mehr da ist jetzt wohl nix mehr mit grip der grössl müsste auch kommen da ist noch Hilfe wollen wir? drauf oder nicht? ja wollen wir ich hab keine marke an ich bin dabei ja ich bin dabei ey ich bin dabei du bist hier die 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 auch oder er ist es erst mal ich kippe ich kippe er immerhin ein und ich bin dran warte warte das will ich ja ich krieg so egal egal und es ist auch was Der ist doch nice! Ich hab grad das angefangen Gibt dir so billig Gold, ey Der macht glaub ich Blue, der Jace, ne? Auf haben wir, ne? Weiß ich noch nicht Ja, ich brauch den, oder willst du den auch haben? Ich würd den gern haben Ja, let's go, mach schnell Danke So lecker, rund und fein Ja, wir sind Early-Game gut Also heißt es, wir verlieren Late-Game Äh, jetzt hab ich mich schon auf Late-Game schmissen Ja Ich hab mich auch darauf vorbereitet Aufs Late-Game Ihr werdet doch alle scheiße, ey Äh, Nocturne ist gut Na super, ey Hab ich ja gar keinen Bock mehr zu zocken, wenn ich weiß, dass ich ein Late-Game jetzt verliere Jace, das ist Ha! Der Grace hat Crab-Items, das ist gut Der hauptsächlich Armor, ne? Nur Kartes AP Okay Blitz Hat der gewordet Ich mach weiter Scheiße, diesmal Ne Kriegen die dich? Oh Mann, Bob greift dir jetzt Lockton an Äh, fuck Ich kann jetzt versuchen meine Ultis aktivieren und meinen Speedrun und so weiter und dann... Oha, der macht, der macht, der macht hundertprozentig Wölfe oder so'n Scheiß Oha, was für'n Damage du ihm ziehst Pass auf, lass dich nicht in den Tower kommen Er hat bestimmt so'n Scheiße vor Grip'n 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 Ich kann ihn eigentlich töten, wenn du willst Ja, dann Ah, er ist weg Ey, beide unten Beide kommen dazu, ey Kommen wir rennen auch Was? Wo ist denn der Blitz? Wo ist denn der Blitz? Hier ist er noch irgendwo Ey! Was? Voll unnötig Ich geh weg String machen String machen, schnell schnell Genau, und Dragon machen Geh mal, geh mal Geh mal schon, ich mach das Ich mach das Ich komm bitte, ne? Dann Warte, 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 warte Ich komm auch mit Killsie, Killsie Oha Wieso hab' ich den Assist bekommen? Hä? Ja Ich hab' gar nichts gemacht Ich hab' gar nichts gemacht Wir wollen den Tower pushen Komm, komm, komm Hau all Minions weg Hau all Minions weg Was? Auf Blitz, auf Blitz, auf Blitz Auf Blitz Ja, aber Wieso kriegst du den dann weg? Ich wollte den in die Ecke da schon mal schießen Tut mir leid Was? Ganz gilter, alter Ich hab' kein Mana Ja, der soll nur kommen Los, 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 los Ich hab' kein Mana mehr Oh, lol Ich hab' ehrlich keinen Mana mehr Fuck'n Schild Was ist mit dem Grace von den los? Der hat fast noch so viel Assets wie ich Der muss ja jeder Lane bekommen haben Wie ein Minion Hatta, hatta, hatta Hey Oh fuck Oh oh NEIN Oh, alter Also das war jetzt knapp, ja Ja, okay Jetzt kommt er und äh Oh my god Und? 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 Ja Die sterben Mit Mana ja, ey Sag ich dir Oh, mein Mana, ey, scheiße Oh my god Sag, er hat wieder Shurelias am Start Der Grace, Alter Was ist mit dem? Der rastet aus Ah, mein Turm Oh my god Oh god Oh my god Oh my god Oh my god Trägt ihr auch so gerne Kleider wie ich? Trägt ihr auch so gerne Kleider wie ich? Trägt so gerne Kleider? Ja, aber trägt gar so Ja, alles andere wär schwul Ja, alles andere wär schwul Hat die Brüste, dass das hin kam 180 Arme, was geht 65 Doppeldelegung Um Bitte fehlt, los teilweise Schwerkstellungen Die Schwerkstellungen Ganz Schwerkstellungen 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 Dauchschung geht runter Oh 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 Ja Bitch, Alter. Piste ich, Motherfucker. Okay. Wollen wir die Oun gehen? Wo, in der Mitte? Ich fang ihn ab, ne? Ja, können wir. Gang weiter, gang weiter. Ich hab Brüche und so weiter. Wo denn? Nein, du die nicht, Mann! Das ist meiner, das ist meiner! Jetzt kann es kommen. Ich renne eh weg. Auf die Cut, 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 oh mein. Los. Gang! What the fuck? Du blockst mich! Wie schnell, ey. Was macht ihr denn da? Seid ihr von da so durchgerannt? Ja. Wieso nicht? Oh, Mann, ey. Komm, Shrinder. Wuuuuh! Siss zinscht, Alter, siss zinscht!